Macher Jack erklärt sich selbst. Joé. Meine Verehrung und herzlich willkommen bei Macher Jack erklärt sich selbst. Heute geht es um ganz was Besonderes, nämlich um ein Musikvideo. Und während dieses noch geschnippelt, adrat und bearbeitet wird, möchte ich euch ein bisschen die Wartezeit versüßen und die Spannung erhöhen, indem ich euch was davon erzähle, nämlich nix. Keine Sorge, im nächsten Video gibt es mehr wie nix. Bis gleich.